Musik Ein grosses Tor weist uns den Weg, immer weiter ostwärts. Es erinnert an die Kamelkarawanen, die einst hier auf dieser Route der Seidenstrasse durchgezogen sind. Doch das heutige Kasachstan, das rund doppelt so gross ist wie Frankreich, Italien und Deutschland zusammen. Askar, unser Fahrer, hat die Hauptstrasse verlassen und fährt hier, als Ober sich auf einer Betonpiste befinden würde. Weite Steppen und Wüsten prägen das ganze Land. Von Venedig aus über Istanbul, den Kaukasus, haben wir den Süden Europas und das Kaspische Meer gequert. Wir sind in Aktau, im Westen Kasachstans. Unser Fahrer macht sich Mut, indem er sich lautstark mit einem berühmten deutschen Outdoor-Rennfahrer vergleicht. Schuhmacher! Schuhmacher, frohlockt er und versucht hier, einigermassen Spur zu halten. Hier gibt es nicht viel mehr als ein paar Unterkünfte für Mensch und Tier. Etwa ein Dutzend Leute leben in der Siedlung Borschachta von der Kamelhaltung und der Kamelaufzucht. Wie immer am frühen Morgen schickt sich die 30-jährige Gastarbeiterin Gulnas Shalanawa an, die Kamele zu melken. Noch herrscht Ruhe im Gehege. Die Kamele scheinen den Tagesablauf zu kennen. Zuerst kommt das Kleine dran. Und erst danach wird der Milchkessel gefüllt. Kamelmilch gilt als besonders gesund. Sie enthält mehr Molkenproteine, etwa dreimal so viel Vitamin C wie Kuhmilch, viel Eisen und Vitamin B. Kranbibi Akmursaieva war hier lange Zeit die einzige Frau weit und breit. Sie hat die Kamelfarm während Jahren alleine geführt und den Betrieb erst vor ein paar Jahren ihrem jüngeren Bruder übergeben. Hier wird ein Kamel zum Scherenfest gebunden. Die Wolle der Haarkrause des Kamels gilt als besonders warm und strapazierfähig. Der Eingriff schmerzt zwar nicht. Grosse Freude aber, an dieser Schererei scheint dieses Tier nicht zu haben. Die Kamele symbolisieren den Reichtum ihrer Halter und sind ihr ganzer Stolz. Die Kamele stehen in einer engen Beziehung zu den Menschen. Die Kamele zu züchten ist ganz einfach. Es hängt alles nur davon ab, wie du mit dem Tier umgehst. Und dementsprechend verhält sich das Kamel dann dir gegenüber. Für die Zucht bringen wir den Kamelern bei, dass sie im Gehege bleiben müssen. Jedes hat seinen Namen. Und es reagiert auch, wenn es gerufen wird. Auf mich wirken diese Tiere etwas fremd, zum Teil auch etwas unheimlich. Obwohl sie sich überhaupt nicht aggressiv verhalten. Ich werde zum gemeinsamen Frühstück eingeladen. Alle haben sich hier versammelt. Khan Bibi, ihr Bruder, seine Familie, aber auch die Angestellten der Farm. Tee mit frischer Kamelmilch. Ich war zuerst etwas skeptisch, aber das Gemisch schmeckt mir ausgezeichnet. Lyskin Akmarsayev, den Chef der Farm, freut das. Wie oft in diesen Ländern, in denen sich vieles verändert, sprechen wir über die Zukunftsperspektiven und darüber, in welcher Welt hier die Kinder und Kindeskinder wohl mal leben werden. Was erhoffen sie sich für ihre Farm, für die Tiere, für ihre Kinder und ihre Enkel? Wissen Sie, Kamele sind gute Tiere. Und auch die Kamelmilch, von der wir hier vor allem leben, ist sehr sauber und sehr gesund. Wer Kamelmilch trinkt, dem steht ein gutes Leben bevor. Unsere Welt wird ja sonst zu sehr von Ungesundem belastet. Die Kamelmilch aber ist gesund. Das Kamel frisst sauberes Gras und gibt saubere Milch. Wie fühlen Sie sich hier in der verlassenen Steppe? Einfach als Bauer oder als typischer Kasache? In unserem Körper fliesst kasachisches Blut. Wir leben hier mit einer reinen Seele und einem guten Gewissen. Das ist uns das Wichtigste. Ich bin ein einfacher Bauer. Grossen Reichtum brauche ich nicht. Von seiner älteren Schwester will ich schliesslich wissen, ob sie es bedauere, dass die Kameli als Lastenträger und als Transportmittel heute völlig ausgedient haben. Ja, sicher, aber die Technik und die Transportmöglichkeiten haben sich in den letzten Jahrzehnten weiterentwickelt. Früher ist hier alles mit Kamelen transportiert worden. Aber alles verändert sich. Wir passen uns dem an. Und unser Geschäft, die Aufzucht und die Haltung der Kamele sichert uns mit dem Fleisch und der Milch die Überlebensgrundlagen. Ich kann nicht klagen. Wir sind zufrieden mit unserem Leben. Im Verlauf des Vormittags werden die Kamelkühe in die Steppe freigelassen. Ihr elastischer und gemächlicher Gang zieht uns in Bann und lässt so beim Betrachten auch in uns selbst eine gewisse Gelassenheit aufkommen. Jetzt fahren wir aus der Steppe zur Hafenanlage von Aktau. Den Weg dorthin weisen uns zahlreiche Pipelines, über die von überall her im Land Öl in die Hafensilos gepumpt wird. Rachimbek Amir Shanov ist für den weiteren Ausbau, dieser vor allem für Europa wichtigen Hafenanlage, verantwortlich. Immer und immer wieder während meines Besuches klingelt sein Mobiltelefon. Rachimbek ist ein gefragter Mann und er bemüht sich, dies uns gegenüber auch immer wieder kundzutun. Schauen Sie, das sind Silos, die je etwa 10'000 t Öl aufnehmen werden. Und hier, hier müssen noch Schienen gelegt werden für Zisternenwagen, aus denen dann später mal das Öl ab und in die grossen Hafensilos gepumpt wird. Welche Rolle spielt diese ganze Hafenanlage im Geflecht der heutigen Seidenstrasse? Es ist klar, Aktau ist in dieser Region die Transitstelle für Waren, die von Asien nach Europa und auch in die Gegenrichtung gebracht werden. Hier werden Waren von China nach Europa und europäische Waren für China umgeschlagen. Wir befinden uns hier an einem der allerwichtigsten Knotenpunkte der aktuellen, der neuen Seidenstrasse. Und wieder klingelt sein Mobiltelefon. Diese Zisternenwagen rollen an eine andere Stelle auf das Hafengelände von Aktau. Und dann von den Gleisen direkt in ein spezielles Frachtschiff, das ganze Eisenbahnzüge in seinem Bug verschlingt. 58 Zisternenwagen werden hier in das Schiff geschoben, ein ganzer Eisenbahnzug mit 3'500 t Öl. Hier, auf dieser Inschrift, sehe ich, dass der Hafen auch mit der Europäischen Union in Verbindung steht. Dieser Teil des Hafens ist ein Projekt der EU, welches sich zum Ziel gesetzt hat, Transportrouten aus Zentralasien über den Kaukasus bis nach Europa zu fördern. Aktau kommt dabei eine Schlüsselfunktion zu. Dank der EU und europäischen Steuerzahlern konnten wir unsere technische Ausrüstung hier ausbauen. Unser Hafen wurde 1996 auf Kosten der Europäischen Entwicklungsbank renoviert. Seitdem gilt er als der modernste Hafen am Kaspischen Meer. Ähnlich wie in Aserbaidschan sind es auch hier in Kasachstan Öl und Gas, welche den grossen Reichtum ins Land gebracht haben. Ein Reichtum, der zumindest in den Städten mit Händen zu greifen ist. In der sog. Strasse der Besten wird an Ayteknbi, einen der drei Waisen aus der Zeit des kasachischen Hanads, erinnert. Doch einer fehlt nie an den Plakatwänden des Landes. Langzeitpräsident nur Sultan Nazarbayev. Sein Wunsch nach einer grossen Rolle in der Geschichte lässt sich am besten bei einem Besuch in der neuen kasachischen Hauptstadt nachvollziehen, in Astana. Astana, eine Hauptstadt, in wenigen Jahren aus dem Nichts gestampft. Geld spielt keine Rolle, gross soll es sein, einzigartig. Ein Denkmal für die Ewigkeit. Und er ist einer von jenen, die die Stadt gebaut haben. Schokhan Mataibekow. Noch vor 15 Jahren hiess dieser Ort das Weisse Grab. Und es gab hier mehr oder weniger gar nichts. 1997 kam der Präsident mit seinen Architekten. Die drei Wolkenkratzer links heissen die tanzenden Häuser und sind eines der architektonischen Highlights, das Schokhan Mataibekow mit seinen Kollegen entworfen hat. Nach einer besonderen Idee. Es gibt hier in der Nähe die sog. tanzenden Bäume. Die sind nicht gerade, sondern haben schlangenlinige Stämme. Also dachte ich mir, unsere Häuser sollten auch schlangenförmig sein, sozusagen tanzen. Das wäre typisch für hier. Typisch ist auch das Highlight hier oben im Bayteregturm. Seine Hand in den vergoldeten Handabdruck des Präsidenten zu legen, bringt Glück, sagt der Volksmund. Und alle wollen ein Stück Glück vom Präsidenten. Kritische Stimmen gibt es hier nicht. Wir verdanken unserem Präsidenten alles, was wir haben. Er ist unser grosser Vater. Er arbeitet an einer guten Zukunft für unsere Kinder. Er tut alles für sie. Dafür sind wir ihm unendlich dankbar. Was soll ich sagen? Ihm gehört unser Land und unsere Zukunft. Der Mann, den all diese Menschen so lieben, heisst nur Sultan Nazarbayev. Seit 22 Jahren Dauerpräsident Kasachstans. Er selbst bezeichnet sich als Demokrat. Oppositionelle jedoch lässt er gerne einsperren. Er hat vor allem das Wohlwollen des Präsidenten zu spüren bekommen. Eines Präsidenten, über den er nur Gutes zu berichten weiss. Der kasachische Präsident ist ein Mensch, der weiterdenkt als alle anderen. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so tiefsinnig und weise ist wie er und der trotz all dieser unglaublichen Qualitäten gleichzeitig, wie soll ich sagen, ein so bescheidener Mensch geblieben ist. Die neue Hauptstadt des Präsidenten. Bescheiden kann man sie wohl nicht nennen. Der Architekt zeigt uns, was er geschaffen hat. Von 2005 bis 2007 war Schohan Matai-Bekow einer der obersten Stadtplaner. Direkt unter dem Präsidenten. Heute hat er ein eigenes Architekturbüro und lässt Astana weiter in den Himmel wachsen. Der Prachtboulevard, den liebe ich besonders und ganz hinten der Palast des Präsidenten, das ist Astana. Er selbst wohnt allerdings lieber in der alten Hauptstadt Almaty. Nach Astana kommt er nur zum Bauen. Seit 15 Jahren. Alle haben unser Projekt als absurd bezeichnet. Keiner hat das für möglich gehalten. Die Menschen hatten damals andere Probleme, die Renten zum Beispiel. Was wir da vorhatten, schien allen unmöglich. Gott sei Dank hat der Präsident an seinem Projekt festgehalten. Und so entstehen Gebäude wie dieses hier. Die Astana Music Hall, entworfen von Schohan Matai-Bekow. Für die eigenwillige Form hat er eine gute Begründung parat. Die Vase symbolisiert Reichtum. Wenn man solche Vasen aus alten Zeiten irgendwo findet, sind sie meist voller Gold und Münzen. Dieses Symbol des Reichtums passt zu Astana. Die Vase, der Reichtum. In wenigen Wochen ist die Eröffnung. Dann soll alles parat sein für die reichen Besucher. Apropos reich. Dieser Mann ist besonders reich und entsprechend wichtig für Baumeister Matai-Bekow. Ein Geschäftsmann und potenzieller Geldgeber, der lieber anonym bleiben möchte. Über Geld spricht man nicht. Wo genau am Ende das Geld herkommt, weiss ich nicht. Wichtig ist einfach, dass genügend davon da ist. Alles kostet Geld. Das Land, die Projektentwicklung, die Kommunikation, das Bauen. Ohne Geld läuft nichts. Mit dem Investor redet er dann wohl doch über Geld. Aber lieber abseits der Kamera. Einen Steinwurf entfernt dem Schatten der Prachtbauten das andere Astana. Hier leben jene, die nichts vom Reichtum abbekommen haben. In ihren Häusern gibt es kein fliessendes Wasser, keine Toiletten. Alles ist so wie vor 15 Jahren, als Astana noch Akmulahis, das weisse Grab. Und so fühlen sich die Menschen hier auch. Ich möchte, dass wir auch in richtigen Häusern wohnen können. Nicht so wie hier. Mit fliessendem Wasser und so. Zumindest meine Kinder und Enkelkinder sollten das erleben dürfen. Schohan ist sich bewusst, dass ein grosser Teil der Bevölkerung vom Ölreichtum nichts abbekommt. Doch er selbst konzentriert sich lieber auf sein neuestes Projekt. Er zeigt dem obersten Stadtplaner seine Vision vom Astana der Zukunft. Eine Skipiste auf dem Dach eines Wohnhauses. Das gab es noch nie. Der Architekt ist begeistert von seiner Vision. Pioniergeist pur. Allerdings nur, solange es nicht um Politik geht. Ich glaube nicht, dass sich hier politisch viel ändern wird. Und ich will es auch nicht. So ist alles schön ruhig, ein gutes Klima für Architekten. Kasachstan hat in der Vergangenheit schon genügend Umbruch erlebt. Jetzt sollte alles bleiben, wie es ist. Schohans Vision hat gute Chancen, umgesetzt zu werden. Nach unserem Ausflug nach Astana setzen wir unsere Reise vom Ufer des Kaspischen Meeres, von der Stadt Aktau fort und fahren mit der Bahn nach Bainäu. Schon Stunden vor der Abfahrt unseres Fernverkehrszuges herrscht auf dem Bahnhofsgelände von Aktau dichtes Gedränge. Ich mache es wie die meisten hier und decke mich mit Getränken und einem kleinen Lebensmittelvorrat ein. Eine Bahnfahrt in Zentralasien wird oft auch zu einem kleinen Fest, zu einer Art Party mit Mitreisenden. Die Bahnstrecke ist nicht elektrifiziert und die Waggons sind meist sehr gut besetzt. Wer zusteigen will, braucht eine Platzreservation und muss sich ausweisen können, wie ich hier mit meinem Schweizer Reisepass. Unter freiem Himmel ist es glühend heiss, eine Klimaanlage in den Waggons gibt es nicht und Bainäu, unser nächstes Etappenziel, werden wir erst nach Mitternacht erreichen. Nur ab und zu sind in der Steppe Kamele zu sehen und am Horizont kleine Hügel, tektonische Verwerfungen. Sonst aber, sonst ist es hier wie fast überall in Kasachstan flach, soweit das Auge reicht. Man sieht kaum Menschen, kaum je ein Haus. Betrieb herrscht dafür im Zug. Es sind vor allem Familien, die hier mit dem Zug reisen. Weil die Fahrt so lange dauert, bilden sich spontane Schicksalsgemeinschaften. Man spielt, man isst und freut sich auch zusammen. Im benachbarten Waggon sind die Platzverhältnisse noch etwas enger. Die Luft hier ist steckig, die Stimmung aber, sie ist gut. Und auch mein Besuch wird freundlich aufgenommen. Woher ich komme? Ich solle mich doch hinsetzen. Ja, im Vergleich zur Schweiz sei das Leben für Sie hier in Kasachstan wohl etwas armseliger, meint der Familienvater, ein Arbeiter in der Ölindustrie. Wir hätten eigentlich alles, auch eine gut ausgebildete Jugend. Aber es fehlt an Arbeit. Verlassen deshalb viele Junge das Land? Nein, wo sollen die denn hin? Die meisten Jungen bei uns halten es hier aus. Stimmt nicht. Viele ziehen weg, wenn ihnen das gelingt. Den Ehemann ärgert es, dass ihm seine Frau widerspricht. Ich versuche, die Situation durch ein Ablenkungsmanöver zu retten, indem ich mich der Tochter zuwende. Was willst du mal werden, frage ich. Lehrerin. Wollen Sie probieren? Die Mutter will wissen, ob man sowas auch in der Schweiz isst. Das ist Kordak. Gutes, gebratenes Schaffleisch. Oh ja, das schmeckt. Die Landschaft Kasachstans erinnert an andere grosse Wüstenlandschaften der Welt. Doch wir sind nicht im wilden Westen, sondern gewissermassen im wilden Osten. Immer wieder drücke ich auf den Auslöser. Das macht Freude, auch wegen der interessierten Kinder. Das macht Freude. Das macht Freude. Heute ist dieser Teil der Seidenstrasse stärker frequentiert als früher. Weil die südlichere Route durch Turkmenistan verläuft, das sich zu einem geschlossenen Staat entwickelt hat. Meinem Kollegen Midyaritbrock ist es trotz zahlreicher Hemmnisse gelungen, dem diktatorischen Turkmenistan, zuerst seiner Hauptstadt Aschabat, einen gut überwachten Besuch abzustatten. Das bin ich, Midyaritbrock, Reporter des Schweizer Fernsehens. Eigentlich hatte ich die Turkmenien filmen wollen, doch fangen wir meine Geschichte von vorne an. Vier Monate hatte ich gekämpft, um eine Drehbewilligung zu bekommen. Ein Begleiter, den ich nicht filmen darf, er ist mein erster Bekannter in einem der isoliertesten Länder der Welt. Mein Programm wird vorgegeben. Zuerst die Hauptstadt Aschabat. Und hier beginnen die Probleme. Damit, dass die Polizei dem Filmen am liebsten direkt ein Ende bereiten würde. Gibt's ein Problem? Ja, die sind überall. Mein Begleiter Türkisch wird seine Haltung, nicht gefilmt werden zu wollen, später noch ändern. Im Moment zeigt er sich als guter Verhandler. Wir dürfen weiter. Dieser Mann hat den Überwachungsstaat etabliert und Turkmenistan zu einem der isoliertesten Länder der Welt gemacht. Zapamurad Niyazov. Selbst deklarierter Präsident auf Lebenszeit, bis er 2006 starb. Seine Kinder wollten die Nachfolge nicht antreten. So krönte Niyazov seinen Zahnarzt und Gesundheitsminister Gurban Guli, Berdi Mohamedov, zum Nachfolger. Auch er praktiziert Führerkult vom Feinsten. Zum Beispiel im Nationalmuseum. Viel ist hier nicht los. Das Museum widmet sich neben der glorreichen Geschichte vor allem dem Präsidenten. Oder dem Beschützer, wie er sich gerne nennen lässt. Plötzlich taucht ein turkmenischer Kameramann auf und richtet die Kamera auf mich. Wie ein Schatten verfolgt er mich kreuz und quer durch das Museum. Bis ich am Ende persönlich zum Interview vor die Kamera gebeten werde. Höflich, aber bestimmt. Offiziell heißt es, das turkmenische Fernsehen wolle ein Porträt über mich machen. Doch schnell wird klar, ich soll vor allem den Präsidenten loben. Sie möchten, dass ich mich auf den Präsidenten beziehe? Ja, genau. Die Situation ist heikel. Ich versuche mich diplomatisch aus der Affäre zu ziehen. Turkmenistan verdiene einen bedeutenden Platz in der Welt, sage ich. Zufrieden so? Ja, wunderbar. Die Angestellten des Staatsfernsehens sind erleichtert. Der Präsident wird zufrieden sein. Mir reicht es erst mal mit dem Führerkult in der Hauptstadt. Zusammen mit meinem Begleiter fahre ich raus aufs Land. Vorbei am größten geschlossenen Riesenrad der Welt geht die Reise in Richtung Osten. Ich darf das nationale Zentrum für turkmenische Reitpferde besuchen, der Stolz des Landes. Das Reitzentrum ist ein Geschenk des Präsidenten an sein Volk. Hier haben sich der Generalsekretär des Reitverbandes und sein Stalljunge bereit gemacht fürs Schweizer Fernsehen. Die Achal-Tekiner sind eine der ältesten Pferderassen der Welt, bekannt als zäh und widerstandsfähig. Qualitäten, die der Generalsekretär über alles schätzt. Wir Turkmenen haben denselben Charakter wie diese Pferde. Vielleicht, weil wir schon immer mit ihnen zusammengelebt haben. Wir haben hier ein Sprichwort. Das ist sehr symbolisch für unsere Beziehung zu unseren Pferden. Das Sprichwort heisst, am Morgen begrüsse als erstes deinen Vater und direkt danach begrüsse dein Pferd. Als Reiter und Pferdezüchter hat Yusuf Analklischew die Welt gesehen. Die USA, Großbritannien, Frankreich. Immer wieder musste er bei seinen Kollegen gegen das ankämpfen, was er Vorurteile nennt. In vielen EU-Ländern versteht man unter Demokratie, dass alles erlaubt ist. Wenn alles erlaubt ist, kann ein Land auch schnell auseinanderbrechen. Ich denke, mit der Demokratie muss man sehr vorsichtig umgehen. Auf die Unterdrückung der Opposition und politische Gefangene kann ich den Generalsekretär nicht mehr ansprechen. Mein Begleiter Tirkisch drängt auf Weiterfahrt. Er möchte mir einen weiteren Schatz der Turkmenen zeigen und der liegt in ihrer Geschichte. Jahrhundertelang war Turkmenistan das Drehkreuz der Seidenstraße und damit einer der Mittelpunkte der Welt. Die Ruinen des heutigen Meri, im 12. Jahrhundert wie heute der Stolz der Turkmenen. Wir sind stolz darauf, dass unser Land genau im Zentrum der Seidenstraße liegt. Hier, Turkmenistan und die Stadt Meri, wo wir gerade sind. Von hier aus zogen viele Karawanen weiter nach Bukhara. Hier sehen Sie ein architektonisches Meisterwerk. Die Architekten damals haben diese wunderbare Festung nur aus Lehmziegeln erbaut. Seit 18 Jahren bringt Elias Diumjev die wenigen ausländischen Touristen und ein paar Einheimische zu den Highlights der Seidenstraße. Sie sagt, Turkmenistan ist ein wunderschönes Land. Meine Begleiter bleiben beim Auto zurück. Ich nutze den Moment, um mit dem Touristenführer anstatt über die Vergangenheit, über das Heute Turkmenistans zu reden. Was hat sich in den letzten Jahren verändert? Dieses Jahr haben die Schulkinder Zugang zu Laptops bekommen. Sie sollen lernen, wie man mit diesen modernen Wunderkisten Computer umgeht. Aber eine Menge Internetwebsites werden von der Regierung gesperrt. Jetzt vielleicht noch. Aber das wird sich ändern. Das System ernährt und erhält sich vor allem von einem. Und das hat mir mein Begleiter türkisch als nächstes aufs Programm gesetzt. Erdgas. Eine Autostunde von den historischen Kulturgütern entfernt liegt schwer bewacht das größte Förderfeld Turkmenistans. Das Land besitzt die fünftgrößten Erdgasvorkommen der Welt. Und die sorgen dafür, dass das isolierte Land weltpolitisch überhaupt eine Rolle spielt. Auch hier möchte ich ein Interview führen. Doch das entpuppt sich als schwierig. Niemand will etwas Falsches sagen und Antworten müssen vorher auswendig gelernt werden. Mein regimetreuer Führer Türkisch wandelt sich zum Vermittler und organisiert für mich das, was man hier Interview nennt. Dank der vorausschauenden Klugheit unseres Präsidenten nutzen wir unseren natürlichen Reichtum für unsere Wirtschaft, indem wir das Gas verkaufen. Trotz Applaus, sogar den Regimetreuen Türkisch beginnt das ganze Theater ziemlich zu nerven. Zum Abschluss meiner Reise will er mir dafür nochmal etwas Schönes bieten. Zusammen nähern wir uns dem, was die Turkmenen das Dubai des Kaspischen Meeres nennen. Milliarden wurden hier investiert, um innerhalb weniger Jahre ein Luxus-Resort aus der Wüste zu stampfen. Avaza heißt das Lieblingsprojekt des Präsidenten. Er persönlich hat es in Auftrag gegeben, ein Fenster zur Welt soll es sein und Touristen aus aller Welt anziehen. Wir haben eine Verabredung zum Interview mit dem Tourismus-Direktor des Resorts. Sogar eine zusätzliche Übersetzerin wurde uns organisiert. Nur, der Direktor will nicht vor die Kamera. Die Nachricht wird mir von seinem Assistenten überbracht. Erneut endlose Diskussionen. Einmal mehr übernimmt Türkisch die Verhandlungen. Sie werden erfolglos sein. Immerhin dürfen wir uns die Hotelanlage ansehen. Und können so zumindest in Ruhe die Reportage des turkmenischen Fernsehens über meinen Besuch in Turkmenistan anschauen. Der Tourismus-Direktor lässt uns sitzen. Dafür habe ich vom Hotelzimmer aus einen freien Blick auf das, was die Turkmenen immer wieder ihr Fenster zur Welt nennen. Tausende sollen hier in Zukunft in der Sonne liegen. Turkmenistan, die perfekte Alternative zu Antalya und Mallorca. So sehen es zumindest die Turkmenen. Mein Weggenosse Türkisch hat eine Entscheidung getroffen. Er will der Weisung von oben trotzen und selbst vor die Kamera treten. Um so einer Hoffnung Ausdruck zu geben. Turkmenistan wird sich für die Welt öffnen. Und immer mehr Menschen werden hierher zu uns nach Turkmenistan kommen, um unser Land kennenzulernen. Türkisch ist zufrieden. Er hofft, dass die Kräne des Präsidenten nicht nur für neue Hotels stehen, sondern auch für ein neues Turkmenistan, das weniger isoliert von der Welt sein Dasein fristen wird. Zurück von Turkmenistan nach Kasachstan, wo wir mitten in der Nacht mit dem Zug in der Stadt Bayneu angekommen waren. Hier holt uns unser Fahr wieder ab. Wir fahren auf einer schlechten Strasse ostwärts an den Grenzübergang zu Usbekistan, einem Land, das nicht viel weniger autoritär regiert wird als Turkmenistan. Askar, unser Fahr, trifft einen Kumpanen. Es gibt so etwas wie eine grosse Familie der Seidenstrassenfahrer. Hier überlebt, wer gute Freunde hat. Das war schon immer so. Der Verkehr nimmt zu. Sattelschlepper aus der Ukraine, aus Polen, aus Russland, Deutschland. Sie transportieren Maschinen oder Nahrungsmittel in den fernen Osten, Kleider, Schuhe oder Teppiche in den Westen. Hier stauen sie sich vor dem Grenzübergang nach Usbekistan. Askar, halt an! Ein Sattelschlepper mit ausgebrannter Führerkabine. Guten Tag! Wann ist denn das passiert? Am vergangenen Sonntag. Waren Sie der Fahrer? Ja, ich bin der Fahrer. Ich war gerade draussen, als es zu brennen begann. Ich habe dein Wasser geholt. Und andere Fahrer haben Ihnen beim Löschen geholfen? Ja, klar. Ich habe nur einen kleinen Feuerlöscher, mit dem war hier nichts auszurichten. Und der Aufleger, der Frachtraum, ist der jetzt leer? Nein, ich habe deutsche Butter geladen. Und die ist unbeschädigt. Das Kühlaggregat läuft noch. Die Temperatur drin ist in Ordnung. Und das Fahrzeug selbst, ist es versichert? Ja, in der Ukraine. Ich verabschiede mich und wünsche dem Fahrer alles Gute. Wie viele Tage er noch unter der glühenden Sonne auf ein Ersatzfahrzeug warten muss, er weiss es nicht. Mit unserem Minivan dürfen wir an diesen Lastern vorbei. Am Grenzübergang werden wir uns von Askar von unserem Fahrer verabschieden, der sich als kasachische Version von Rennfahrer Schuhmacher auf den langen Rückweg machen wird. Und wir? Wir verlassen hier Kasachstan. In unserer nächsten Folge bereisen wir Usbekistan. Kuchara wird uns mit reicher Folklore empfangen. In Samarkand begegnen wir den märchenhaften Fassaden der berühmtesten usbekischen Koranschulen. Und in Nukus engagierter Kunst, welche unter dem Sowjetregime geächtet wurde. Schliesslich begleiten wir Drogenfahnder in Tatschikistan. Von dort nämlich wird das meiste Heroin Richtung Westeuropa geschmuggelt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017